Mein Name ist Jörg Neuner vom Markenzentrum Gaggenau. Wir schauen uns heute in der Fertigung in Lipsheim die Produktion unserer Vario-Kochgeräte Serie 400 an. Das Besondere an der Vario-Kochgeräte Serie 400 ist die Vielfalt der Geräte, wo der Kunde die Möglichkeit hat, sich aus verschiedenen Optionen ein individuelles Kochfeld zusammenzustellen. In Lipsheim erreichen wir die dafür notwendige Flexibilität dadurch, dass wir unterschiedliche Fertigungsverfahren haben, ergänzt durch sehr viel Handarbeit. Die ist ermöglicht, dass wir diese unterschiedlichen Gerätestrukturen in einer einheitlichen Qualität und Optik erstellen können. Als abschließender Prozess wird dann für sämtliche Edelstahlrahmen ein einheitlicher Schliff auf alle Oberflächen aufgebracht, der dann das I-Tüpfelchen ist, um die Geräte wirklich aus einem Guss erscheinen zu lassen. Und das I-Tüpfelchen ist, um das I-Tüpfelchen ist, um das I-Tüpfelchen zu lassen.